Wo bist du? Was sagst du, Micha? Doch, kann sein, dass es auf Black Lake ist. Das ist aber im Osten und du bist ja Richtung Westen gelaufen. Ja, ich bin aber schon wieder ein paar mal gedreht. Wenn da Felsen sind, das kann durchaus an der Black Lake sein. Kann ja nur sein. So, ich leg hier jetzt mal was hin. Ach, da bist du. So, ich hab da was hingelegt. Jetzt dreh ich doch extra mal eine Runde, damit ich dann auch sehe, ich hab mich da von dem Platz ein bisschen weggelegt. Und, ich lebe es wieder hin. Okay, dann probieren wir das auch gleich nochmal aus. Hab ich da Angst vor? Nein. Ich lege da jetzt meine Pistole. Das ist richtig, die Pistole verschwindet ins Nirvana. Okay, ist weg. Ja, rieb es auch, oder? Nö, Pistole ist weg. Ich sehe sie nicht mehr. Doch, da liegt sie. Da liegt sie. Doch, sehen tue ich sie auch, oder? Sehen tue ich sie. Und aufnehmen? Nö. Halt sie recht. Auch nicht mit dem Mausseiger. Nee. Nee, auch nicht. Was für'n Gedränge hier. Okay. Dann haben wir dazu auch gesprochen. Also, hier keine Waffen ablegen. Die sind dann weg. Ja. Warum sollte ich hier eine Waffe ablegen? Ja. Ich hab mich auch ein bisschen gefragt, wie sie darauf kommt. So haben sie ihre Waffe da abgelehnt. Ja. So. Okay. Jetzt haben wir die Bestätigung. Ist also tatsächlich richtig. Wo willst du denn hinlaufen, Raste? Du läufst und läufst in der Ecke. Ich laufe gar nicht. Fehlt hier. Nö. Bei mir läufst. Hast du einen D-Sink? Keine Ahnung. Ja, hat er. 17.000. Also, ist die Waffe weg. Gut. Du kannst ja mal eine FNX haben. Ach, das ist ja. Ist doch auch eine FNX. Das ist doch Ronny. Hi, bist du? Brauche ich denn wirklich Pistole? Irgendwann finde ich wieder eine. Habe ich wieder eine. Kannst von mir eine haben. Ich hab noch die abgesächte Schrotflente. Nee, nee, nee. Ach, lass mal gut sein. Ja, Ronny fliegt raus aus dem Spiel. Ja, ich bin raus. Ich geh mich grad wieder ein. Kümmerst euch nicht weiter um die Waffe. Die finde ich wieder. Gar keine Frage. Ja. Nee, ich find auch nix. Du hast welche. Ich hoffe mal, dass du auch die Richtige nimmst, ne? Sonst wird's zu nehmen. Ich bin krank. Mach mir doch gar keine Gedanken drum. Wann der blaue oder rote? Rot. Rot. Jemand Schmerztabletten dabei? Ja. Ja. Ich hab' immer noch so da. Huch. Ja, jetzt. Ach, die Kette ist da. Ich hab' ne rote Kette. Oh. Ich hab' Bären gefunden. Nix. Ich hab' Bären gefunden. You have found a thing. Ja, toll. Und wo hat er die hingepackt? Ich hab' gar keinen Platz mehr. Das hinlegen hab' ich auch schon versucht dahinter. Okay. Nee, geht nicht. Ach, da liegen sie. Aber auch die Bären sehe ich nicht. Das ist ja interessant. Okay. Also ich sehe die Bären auf dem Boden. Mhm. Aber nicht im Inventar. Aber nicht im Inventar. Also hier? Sie seht nicht. Nö. Wo seid ihr denn? Ich hab' grad ne rote Kette. Ich hab' gerade ne rote Kette. Keine Ahnung. Immer noch in der Ruine vom Förster. Steht alles drin? Steht da vor? Ja, er steht da neben mir. Du stehst genau neben mir. Ja, du stehst da und wieder die Waffe. Sasi. Ne? So. Welche denn? Axt. Wirst du da und nehmen und kriegst sie nicht. Ich träge sie wieder ein. Besser? Nein. Mir zeigt sie auch gar nichts an, was ich hab. Bei mir auch nicht. Weil ich ne rote Kette hab. Mhm. Auch alle ne rote Kette hab ich nicht. Ja.